So, jetzt habe ich hier mal mein Internetfenster oder mein Internetpauser großgezogen. Und ich hätte eigentlich gerne hier jetzt eine Pegelanzeige, damit ich sehe, was ich eigentlich aufnehme. Aber so wie es aussieht, zeigt das neue Camtasia Schütte es nicht an. Ich führe jetzt mal das Mikrofon besser aus. So, wir sehen jetzt hier bei MAMO-Modells die Graubner-Elektropropeller, sowohl links als auch rechts, laufend. Und ich habe jetzt mal vorher im Internet nachgeguckt. Die sind vom Wirkungsgrad her etwas schlechter, bzw. vom Durchmesser her muss man 1 Zoll größer nehmen in der Regel als wie von APC-Propeller. Das heißt, wenn wir jetzt einen Quattrocopter mit 9x5 oder 9x4 machen, mit APC, sollte man bei der Graubner dann auf die 10,5er gehen. Und ja, also ich werde sicherlich mal demnächst bei MAMO-Modells hier ein paar Satz-Propeller bestellen und werde die dann mal ausprobieren. Ich verspreche mir hier von den relativ teuren Propeller für 7 Euro, dass die auf jeden Fall für den Kameraflug besser sind, einfach weil sie einen größeren Rundlauf haben und sehr wahrscheinlich auch eine größere Stabilität und dadurch der ganze Quattrocopter wesentlich ruhig an der Luft liegen wird. Aber wie gesagt, das müssen wir zuerst mal noch probieren. So, jetzt deswegen beende ich mal kurz die Aufnahme und schauen wir uns mal, was im Prinzip dann auch hier das Camtasia-Studio zu Wege gebracht hat. Gut. Gucken wir uns hier noch kurz ein Video an. Nehmen wir mal hier was aus YouTube. Ich nehme jetzt mal intern noch keinen Ton auf, sondern das ist nur der normale Ton, der praktisch über das Podcaster-Mikrofon aufgenommen wird. Wir überspringen mal die Werbung. So, und jetzt geht's hier los. Hallo, everybody. It's Treasure Bone. With another time to talk. David Cundell, a 62-year-old British farmer in avid aviation. Er hat mal eine Spitfire. Learn from some American World War II Veterans, that rather than allowing some 20 Spitfires to fall into enemy elements. Ah, der hat nur nix. Der hat keine Videos. So, also die Aufnahme soll jetzt mal beendet werden. Ich schalte deswegen ab. Aufnahme unterbrechen. Ne, beenden.